Ich bin der legendäre Warrior in meinem Herzen. Ich bin tot. Und ich bin ein Super-Daius! Das ist eine schwere Frage, weil Animes sind richtig geil und ich kann mich ja wirklich schwer entscheiden. Aber ich würde sogar sagen, Dragon Ball Z, also einfach alles Dragon Ball, Platz 1, Platz 2 Naruto, und alter Platz 3, kommt nicht von 15 Euro, das mag ich jetzt halt echt nicht mehr so sehr. Aber ich würde sagen, so richtig viele geile Animes, Struity Rule, Guilty Crown, so nicht so bekannte, die halt nicht so zu den drei Top-Showen in Animes gehören. Da muss ich immer einfach aufschreiben, vielleicht blende ich ein paar ein oder auch nicht. Also, die nächste Frage, wer ist dein Lieblings-Youtuber? Mein Lieblings-Youtuber ist GoldenBoyMako793, das ist halt Anime-Youtuber, der hat halt eine Zeit lang aufgehört. Und jetzt streamt er halt wieder ab und zu, das freut mich auch ziemlich, weil durch den habe ich erst die Motivation gefunden, um YouTube zu machen, und ja, ich freue mich, dass er wieder da ist. Also, die nächste Frage, machst du Sport? Ja, ich mache Kickboxen und Nippo. Magst du Fußball? Fußball spiele ich gerne ab und zu mit Freunden, aber so, WM und so, jetzt ist es ja nicht. Würdest du irgendwann ein Video zur Dunmaschine machen? Hab ich schon gemacht. Was ist dein Ziel auf YouTube? Mein Ziel auf YouTube ist es halt, sagen wir mal so, ich will besser als Let's Be Epic sein, Alter. Wenn ich seine Arme aus anschaue, Alter, der ist so krass. Was ist das? Giving up already? Das ist nichts wie der Gohan I-Don. Es ist das. Gebet was du gelernt hast. Du hast all die Macht gut, die du musst, damit diese Sp ällige Spang. Aber irgendwann werde ich besser sein als der Alter, dann zerstör ich den. Mein Lieblingsspiel ist Overwatch, da ist es dein Lieblingsessen, Pizza. Wann wirst du mit YouTube aufhören? Also... Gerade habe ich ja keinen Bock auf YouTube aufzuhören, weil es macht ja auch extrem viel Spaß. Und ich werde dann so nahezu grob auch nicht damit aufhören. Also... Mit der Frage, ich habe nicht viel raus, wo war ich? Wie alt bist du? Ich bin 15 Jahre alt. Wer ist dein Vorbild? Ja, habe ich schon gesagt. Was machst du in deiner Freizeit? Ja... ARPVs schneiden, Lernen und Freunde und so halt. Heinsackaktivität halt. Also... Machst du lieber LPs oder ARPVs? Zurzeit mache ich lieber ARPVs. Obwohl, LPs aufnehmen macht halt auch ziemlich viel Spaß. Nur... Das schneiden dauert... Für einen LP für 20 Minuten, zum Beispiel Deadpool, habe ich zum Beispiel 3 Stunden gebraucht. Und zwar... In der Schule halt richtig viel Aufwand, deswegen war es relativ schönes drin zu bekommen. Weil ja... Ja... Stress, Schule und Schulmund. Musst du viel mehr lernen und so. Kennst du Anime wie Masuma Eleven? Ja, ich kenne ihn, aber ist nicht so meins. Welche Konsolen hast du? Also... Ich habe ja PC, also zeige ich eher nur PC. Ich habe aber noch eine Wii im Wohnzimmer stehen. Und sonst habe ich halt nur Steam. Wie viele Spiele hast du auf Steam? Auf Steam habe ich zur Zeit... Muss kurz nachschauen... 45 Spiele. Und... Wenn ihr das wollt, kann ich mal gucken, welche Spiele ich alle habe. Kann ich so einen separaten Video machen. Wie viele Spiele hast du? Wie viele Spiele hast du auf Steam? Wie viele Spiele hast du? Ja... Das wollen wir gleich fragen. Wirst du mal wieder... Ein Plates Plays machen? Oder... Amt raus? Ja, wenn ich die Playsie anfange, werde ich euch jetzt auf meinem... Anderen Nebenkanal Sasuke machen. Der ist auch da verlinkt auf meinem Kanal. Bist du mal gucken. Und... Du musst auch Nebenkanal haben. Hier habe ich den Nebenkanal Sasuke. Das mache ich vielleicht mit dem Kumpel noch einen neuen Kanal auf. Äh... Black Hargis. Den könnt ihr auch schon mal abonnieren. Oh shit. I guess that's one less bitch you gotta worry about. Link in der Videobeschreibung. Das Intro ist schon online. Und so gönnt euch das. So, das waren alle Fragen für das Video. Ich hoffe es hat euch gefallen. Dann sehen wir uns im nächsten Abend auch wieder. Oder was auch sonst ich noch so machen werde. Haut rein und... Ciao! Out!